Hist du? Was willst du? Was wirst du wundern? Wahrscheinlich ist der FND Storage Hub zu schwer auf Nebennissen. Praktisch behaget uns den Ort, nicht wahr? Vielen Dank. Hey und damit willkommen zu einer neuen Folge. Far Cry 6 ... Jo, ich weiß, ich weiß. Was kann ich dir hier so aussehen um lieber zu bauen? Bandidos Kaserne könnte ich bauen. Why not? Bandidos, hola! Ich will das noch bauen. Hola. Die zweite. Gut to see you. Ich weiß. Oh, das können wir nicht machen, weil Metall fehlt. Wir brauchen Metall. Komm mal hier. Lady. Nee, du bist nicht Lady. Du bist Lady. Sind das Panzerkötten da rechts auch gut? Was hast du mir anzubieten? Klamotten? Oh ja, nicht. Was kannst du nochmal? Gar nichts. Was bist du? Ach so, das sind doch die Addons, oder? Ja, das sind die Addons. Okay, krass. Das Ding ist hier aber, dass wir keine Dings haben. Wie heißt das? Kein Kaufding, glaube ich. War das hier mit? 1-7-4-10 noch. Moin. Mal gucken, was er so für eine Mission hat. Hier ist der Deal. Ich bin der Kok-Fight-Champion hier, okay? Ich und Gordito, wir werden uns nicht verletzt werden. Except this one, hijo de puta, Ramon. Er kam hier und hat das letzte Spiel mit seinem Jus-Stop-Bird. Ich musste ihm Gorditos spezielle Spurs geben, wenn er gewinnt hat. Und jetzt ist mein kleiner Kompai traumatisiert. Er hat nicht richtig gegessen. Feather hat keine Gläser. Wer hat mir sogar seinen Nail-Treatment gemacht? Du musst die Spurs zurückgeben, okay? Bitte, Mama. Bitte. Alles klar, ein bisschen Zwischen-Shower können wir machen. Aber das mit dir. Oh, ja, Dani. Trejo hat sich über dich riefen. Du bist bereit, mit Trejo wieder zu sein? Natürlich bist du. Lass uns mal Malagua schießen und uns selbst eine gefährliche F***-Weple. Geh ein bisschen Gier und ich werde dich da in meinem Auto fahren. Okay, warte, was? Okay, das sind trotzdem einfach Missionen Schwarzmarkt. Ich kann Chorizo kaufen, the fuck? Ich finde, Spieler suchen sich nach Multiplayer an. Das finde ich eben nicht so geil. Wir machen jetzt erst mal von ihm hier die Mission. Oh mein Gott, das ist aber weit weg. Äh, da liegen Sie irgendwo? Ist halt auch noch... Ja, das ist noch eine Nebenmission. Könnte man ja auch mal machen. Ich schätze mal, ich muss da rein. Ah, das kann ich mir das hier nicht erklären. Gute Musik auf jeden Fall. Ich glaube, der ist tot. Oh. Und ich finde Ramon, auch. Ah, das ist doch so. Das ist doch so, dass ich meine Spurs habe. Nein, ich denke, er ist tot. Oh, Scheiße. Gostolo hat das, was er verdient, dann. Aber du hast noch einen Spurs? Gordito's kleine F*** sieht so nacken. Äh, genau. Elvis, was die fuck ist das? Es ist wie ich einen Express Elevator zu hell. Mein Gott, Alter, habe ich mich ja schocken. Was ist denn mit dir los? Ich wollte dich retten. Was ist denn mit dir los, Alter? True, aber ich wollte gucken. Achso, hier gibt es doch nicht weiter, oder was? Wo kommst du denn her? Warte mal, da kommen die alle. Ach, die waren da, oder was? Die waren halt, ähm... Okay, jetzt habe ich den Schautik voll. Die waren da in den Netzen, oder was? Spontinentlich, oder wie ist das mit euch? Weiß man nicht, wa? Egal. Geil aus. Pff, this place knows that shit. Wie könnt ihr so krass auf mich abfahren, Alter? Ich bin mal Kampffühner. Noin. Cool. No, wie er durch die Tür kommt, wie geil ist der denn? Oh, das ist der Nummer, äh, Duh. Da sind wir noch ein Fahrrad. Alter, Bruder. Was war jetzt aber hier? Das ist echt. Das war crazy. Elvis, es ist Danny. Das, das place? Blut, shit. Birds, everywhere. Ich habe es gar nicht mehr aus der Welt. Okay, cool, cool, cool. Was, was ich? Du hast die Spurs, doch, oder? Ja, ich habe sie. Und ich bin gut, danke. Dito, du hörst das? Ah, ja, ich komme weg. Okay. Ah, ja, alles klar. Das haben wir dann gemacht, also, würde ich ja sagen, wir sehen uns im nächsten Part, Leute, ne? Haut rein. Oh, lecker Schweinchen. Nom, 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 nom. Lecker, lecker. Oh, da ist ja noch ein. Ich kann noch mal, noch eine Mission machen. Ja, vielleicht später. Tschö.